hallo liebe angelfreunde ich bin es euer christian und heute am see unterwegs wir haben immer noch extrem heiße bedingungen ich warte ja seit tagen auf den regen die gewitter drohen hier bei uns im rheinland aber irgendwie mit dem regen will es nicht so richtig deshalb auch hier bei mir extremes niedrigwasser schwierige bedingungen wir haben sehr sauerstoffarmes wasser weil eben der wasserstand total niedrig ist eine algenblüte haben wir hier teilweise am ufer und es ist schwierig zu angeln trotzdem will ich es heute auf raubfisch probieren ich habe nämlich von der firma mobi softbaits hier diese startbox bekommen und wollte einfach mal ausprobieren wie eignet diese sich für meine angelei was kann ich damit anfangen und könnt ihr die vielleicht gebrauchen und natürlich gibt es auch wie immer einen glücklichen gewinner am ende der diese box hier gewinnen kann und der kriegt die von mobi softbaits direkt nach hause geschickt jetzt will ich aber nicht weiter labern jetzt will ich angeln ich zeige euch noch ein paar tricks die ich hier beim sommer angeln beachte auf raubfisch und hoff natürlich dass irgendetwas geht auch wenn die bedingungen wirklich schwierig sind den kleinen gummifisch hier habe ich jetzt auf einen zehn gramm bleikopf aufgezogen wichtig dabei die hakenspitze muss schön weit aus dem köder raus gucken man sagt ja man muss den zeigefinger oder den finger dazwischen stecken können denn wenn ihr das zu tief in den köder eingrabt und die hakenspitze guckt nur so ein stück raus besonders wenn der haken zu klein ist dann hakt sich der fisch nicht richtig wenn er den köder hier im maul hat so ist das sehr gut würde ich sagen also das passt und so konnte ich schon viele fische fangen das spiel ist so nicht beeinträchtigt der köder ist gerade aufgezogen und der haken guckt schön weit raus ich habe eine 15 bis 40 gramm route dabei eine 0 13 geflochtene schnur schön 8 fach geflochten ziemlich fein und glatt die kann man gut werfen mit der 15 bis 40 gramm route die ist sehr schnell kann ich den köder auch schön zackig anbieten ich könnte den jetzt einfach hier in den snap einhängen habe hier 0,35 flur carbon vorfach dran von ungefähr 60 70 zentimetern aber ich habe hier auch immer wieder hechte drauf gehabt und deswegen möchte ich nicht der gefahr laufen dass ich hier mit dem flug carbon only irgendein hecht verliere der mir da dann die schnur durch speist deshalb werde ich jetzt hier eine feine stahl spitze dran knoten und dann ist wieder den snap befestigen wie ich das mache zeige ich euch jetzt den snap den ich jetzt hier am ende habe an dem flur dann schneide ich erstmal ab das stück knoten weg reste schnur natürlich mitnehmen jetzt habe ich hier meine mono und hier den snap den snap lege ich mal eben weg dann habe ich hier feines stahl vorfach 7 x 7 material also ganz fein geflochten kann man knoten man kann es natürlich auch quetschen mit quetsch hülsen aber gerade dieses knoten das wollen wir jetzt mal machen das so fein dass man das auch mit der schere und dem messer schneiden kann da ist das schöne dabei das heißt ich schneide mir ziehen schönes stück ab ihr braucht so um hechtsicher zu sein circa 30 zentimeter würde ich sagen klar bei der fischerei prüfung da habe ich gelernt beim spinnenfischen reichen 15 zentimeter aber wenn der hecht dann mal einen kleinen köder tief einsaugt dann sind diese 15 zentimeter schnell wieder zwischen den zähnen und dann habt ihr doch wieder das flur oder die geflochtene schnur die euch dann da abreißen kann deswegen nämlich gute 30 zentimeter da sollte man nicht sparen schneiden wir die ab hier das geht auch mit dem messer das feine stahl vorfach lege ich mir dann zu einer schlaufe dann kommt das flur von unten dadurch das habe ich schon mal in dem film erklärt ist eigentlich sehr praktisch dann wickele ich das flur fünf bis zehn mal um den stahl je nach dicke des materials könnt ihr da öfter oder weniger oft wickeln bei dickerem material da sind zu viele wicklungen machen das ganze dann steif und ja dann habt ihr einen dicken unschönen knoten sechs mal drum gewickelt dann gehe ich wieder drei mal zurück gehe dann von unten durch die stahl schlaufe und sie das dann langsam zusammen vor dem zusammenziehen sieht so aus alles befeuchten und dann vorsichtig zusammenziehen dass der stahl sich da nicht verdreht und dann gibt das einen schönen festen sauberen knoten und der hält leute wenn ich hier dran reiße ihr seht wie das in meinen daumen einschneidet da passiert gar nichts mehr und dann habe ich eine saubere stahl spitze von ja jetzt sind es 20 zentimeter knoten hat ein bisschen was verschwendet da kommt jetzt der snap wieder vorne dran dann haben wir es perfekt jetzt kommt der snap dran ganz einfach mit einem blutknoten könnte man jetzt auch crimpen aber diesen feinen stahl den kann man sehr gut knoten also warum nicht könnt ihr euch die krimp zange sparen so sieht das gut aus snap hinten dran mein knoten hier fluo an stahl da schneide ich jetzt noch die überstehenden enden ab und dann haben wir das fertig jetzt haben wir ein schönes vorfach den snap für die köder einzuhängen schöne stahl spitze von 25 bis 30 zentimetern und dann hier mein fluo carbon das ist jetzt so circa 40 50 zentimeter lang könnte man auch noch länger machen das jetzt das was übrig geblieben ist aber so sind wir hechtsicher und können unsere köder sicher fischen ohne großen hecht zu verlieren oder auch einen kleinen wichtig ist es vorher die bremse gut einzustellen beim gummifisch angeln stelle ich die relativ stramm denn wenn der biss kommt in der absinkphase dann müsste den anschlag setzen und der muss sitzen da bringt es mir nichts wenn die bremse zu weich ist und dann der anschlag verpufft trotz geflochtener schnur die keine dehnung hat deswegen relativ festmachen dann einfach auswerfen und jetzt im sommer gibt es verschiedene techniken viele sagen im sommer sind die fische aktiver da kann ich zackiger angeln und den köder schneller bewegen da kommt mir der zehn gramm bleikopf natürlich zugute weil ich richtig aggressiv jingen kann und der köder dann schön wieder das ganze stück absinkt im winter oder sowas oder auch wenn ich langsam fischen will dann würde ich eher einen leichteren bleikopf nehmen oder auch wenn ich einfach nur rein leiern will aber wenn ich hier so am grund angel dann ist so ein etwas schwererer bleikopf jetzt den man aggressiv fischen kann im sommer eigentlich die richtige wahl wenn natürlich der sauerstoffgehalt im wasser wieder so weit fällt und diese algenblüte und sowas die fische träge und lethargisch macht dann kann es auch sein dass einfaches einleiern oder die faulenzer methode die bessere wahl ist ansonsten gilt es natürlich viel ausprobieren denn nur so könnt ihr herausfinden was die fische gerade wollen und wer dann fängt der hat natürlich recht also die methode hat es dann gebracht beim absinken kann man den bügel schließen dann kann man den köder an geschlossenem bügel strammer schnur absinken lassen und merkt natürlich auch so eine absinkphase schon ein bisschen wenn es wie hier ziemlich tief reingeht wer mit so ein extremes niedrigwasser dass wir die kante schon so circa zwei meter vor uns haben und drei vier meter vor uns ist es schon so um die vier fünf meter tief dann kann man auch den bügel noch mal offen lassen weil sonst es geht man zu viel wurfweite weil der köder wieder auf einen zukommt dann den bügel zu machen und dann schicke ich den einfach langsam ran und sehe dann an der schnur wenn der köder den boden berührt dann wieder kurz an schicken die lockere schnur auf kurbeln und wieder absinken lassen gibt viele die noch den finger in die schnur tun um dann zu spüren was am köder passiert aber bei der geflochtenen schnur und hier diese extrem schnelle route die hat eine gute rückmeldung ja und dann wäre ich einfach fächer für mich das ufer abgeht danach ein stück weiter wäre wieder fächer für mich das ufer ab man könnte den köder mal wechseln aber ich denke mal wir haben die richtige wahl getroffen denn die brut fische die sind in der größe und so ein raubfisch der stellt sich einfach darunter und wartet bis einer verletzt ist oder irgendwie anders aussieht und so ein gummi fisch der hoch und runter taumelt der erste eigentlich genau das beute schema was ich da was ich da wiedergeben will leute da haben wir was und was richtig gutes glaube ich krass was ist das was ist das direkt da vor dem baum da hinten ich kriege langsam ich dachte ich kriege daran aber krass ich denke man einmal was richtig gutes leute das ist kein barsch wahnsinn so macht das doch spaß langsam ran naja das war es dann auch schon wieder krass meine güte ist voll druck auf der route denn da vorne ist ein baum im wasser und ich will nicht dass der fisch da rein zieht belastungsgrenze fürs gerät würde ich sagen leute immer den rauskriegen mega ich bin kaum gehalten hier jetzt hätte ich gerne härtere route dabei aber so mini köder wahnsinn diese geräusche das ist das was wir angler wollen so er soll raus schwimmen da ist freies wasser und nicht da hinten bei den bäumen adrenalin hoch 20 ach nein nein scheiße alles noch drauf scheiße am liebsten würde ich die route ins wasser schmeißen wer kennt gummifisch ist noch gut kein knoten beschädigt also das hat alles gehalten ihr habt den drill gesehen gummifisch ist leicht rau welt kein schleim auf der schnur aber das muss auch nicht immer sein oder fetter hecht scheiße man kamera aus bitte leute was war das für ein drill ich bitte euch in der absinkphase voll drauf geballert ansonsten hätte ich gesagt ich habe einen karpfen gehackt oder so und dann war die route wirklich krumm bis ende und der fisch hat schnur von der bremse gezogen ich habe ihn kaum ein stück ran bekommen ja und dann am ende ist er ausgeschlitzt ich hätte vielleicht ein bisschen weniger druck machen müssen aber ich habe euch gesagt da hinten da sind bäume im wasser und wenn der fisch da noch näher ans ufer gegangen wäre dann hätte ich ihn da sicherlich auch verloren deshalb der druck war schon in ordnung man sieht auch das gerät hat gehalten der gummifisch ist noch dran ich habe ihn mal untersucht da sind keine spuren drauf weder dass der irgendwie bisszähne vom zander hat oder irgendwas vom hecht oder sowas fühlt sich allerdings ein bisschen rau an es kann sein es gibt hier ein paar wenige welt in dem gewässer das wirklichen welt den vorne zwischen den platten gehabt hat und ja so ein kleiner haken der sitzt dann oft nicht richtig bei diesen dicken knochen platten im maul und ja dann hat der welt irgendwann losgelassen der haken raus und dann war es dass ich denke mal wirklich dass ich hier einen kapitalen welt drauf hatte der muss jetzt nicht riesengroß gewesen sein mit dem gerät hier ist so ein 1 meter 60 1 meter 50 welt der macht schon das was ihr eben gesehen habt auf jeden fall bin ich immer noch voll auf adrenalin ich kann es kaum glauben ich hatte die chance gehabt gerade bei diesem heißen sommer wetter ist extremst schwierig überhaupt ein bis zu bekommen und dann noch so eine granate deshalb ja die niederlage sieht man mir wahrscheinlich an und die enttäuschung war mir bestimmt auch eben anzusehen mist 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 leute macht es besser ihr könnt die ganzen gummiköder gewinnen schreibt mir einfach unten in die kommentare wie viele köder insgesamt oder wie viele bestandteile hat diese box mit box und den glücklichen gewinner den werde ich dann bei in meinem nächsten video ziehen und der kann die box dann sein eigenen und seine eigenen abenteuer damit bestreiten genauso wie ich heute der gewinner des zeltes den blende ich hier unten ein bitte schreibt mir eine e mail an bigfisch media web.de und das zelt geht auf die reise zu dir das zelt aus dem letzten oder aus meinem vorletzten video das wollte ich noch verlosen dann gilt mir wie immer zu sagen leute bleibt gesund geht ans wasser egal ob spinnfischen oder grundangeln oder 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 was weiß ich vertragt euch seid nett zueinander bis zum nächsten mal euer christian und dann hoffentlich mit diesem fisch hier denn die niederlage die wirkt kurz aber ich werde mich natürlich nicht geschlagen geben haut rein ich ich Untertitelung des ZDF, 2020